Richtung Nordosten starten, dann in 200 Metern rechts abbiegen. Moment mal, hören wir hier ein Navigationsgerät oder einen echten Menschen? Vielleicht Google Translate? So eine Navistimme. Siri vielleicht? Siri klingt anders, Siri habe ich auch. Alexa habe ich nicht, ich würde sagen Alexa. Google Maps, oder? So ein bisschen klingt das in der Richtung. Tatsächlich ist es keine künstlich produzierte Stimme, sondern die von Esra Meral. Aber ist die 28-Jährige wirklich die Stimme eines Sprachassistenten oder eines Navigationsgeräts? Nein, das bin ich nicht. Ich bin die Stimme von Esra. Das sage ich auch ganz oft und es wird wirklich so oft nachgefragt. Bist du die Stimme von Siri? Bist du die Stimme von Google Translate? Ich kann es einfach nur sehr gut nachmachen. Hier einmal zum Vergleich, so klingt die echte Google Maps Stimme. Nach 600 Metern rechts auf die Auffahrt nach A8 Stuttgart abbiegen. Mit ihrer Stimme hat Esra, die in Baden-Württemberg wohnt, es innerhalb von nur einem Jahr zu einer kleinen Berühmtheit auf TikTok geschafft. Die Videos der 28-Jährigen werden von Hunderttausenden gesehen. Und auch weil Esra sich selbst nicht immer so ernst nimmt, sind ihre Clips so erfolgreich. Ich bin weder Alexa noch Siri und auch nicht Google Translate. Ich bin krank. Esras Stimme sorgt für Wirbel im Netz. Während einige TikTok-User ihre Stimmvideos für Fake halten, bekommt sie auf der anderen Seite zig Anfragen, personalisierte Mailbox-Ansagen oder Geburtstagsgröße einzusprechen. Auch beim Dating scheint es nicht immer unbedingt von Vorteil zu sein, so wie Siri zu klingen. Der Typ, mit dem ich in letzter Zeit Kontakt habe, sagt zu mir, Gott sei Dank bist du nicht Siri. Siri ist so anstrengend. Auf wie viel Uhr soll ich deinen Wecker stellen? Dein Wecker wurde gestellt auf 5.30 Uhr. Zwar ist die 28-Jährige die türkische Wurzelnaht ausgebildete Sprecherin, hauptberuflich macht sie aber etwas ganz anderes. Als Erzieherin arbeitet sie in einer Kinderkrippe. Kollegin und Freundin Anne, die Esra damals zu TikTok überredet, sagt über Esras Stimme. Also im Alltag ist das nicht so präsent, aber wenn sie dann natürlich ans Telefon geht, dann hört man da schon durchaus auch mal Siri oder Alexa sprechen. Aber wie genau macht Esra das eigentlich mit ihrer Stimmverwandlung? Das ist jetzt meine richtige Stimme. Und wenn ich dann diesen Sprachassistenten mache, dann gehe ich wirklich so, wie soll ich sagen, in meinen Kehlkopf rein und rede dann so. Das klingt dann wie ein Sprachassistent. Auch für Werbung oder Sprachaufnahmen wird Esra von Unternehmen gebucht. Dafür ist sie kreativ geworden und hat sich zu Hause ein kleines Tonstudio gebaut. Das ist meine Kammer des Sprechens. Das ist eine Konstruktion aus Eckkleiderschrank und Studio. Ich habe das letztes Jahr selber zusammengestellt, ausgekleidet mit Schaumstoff und hier drin nehme ich auf. Sprachaufträge und Social Media Videos sind ein guter Nebenverdienst für die 28-Jährige. Für eine personalisierte Sprachnachricht nimmt die Erzieherin 5 bis 10 Euro. Aber ist sie durch ihre viralen Clips dank ihrer Stimme jetzt reich geworden? Nein, auf jeden Fall nicht. Also viele denken wirklich, dass man dadurch echt gut leben kann, aber so ist das nicht. Mit viralen Videos könnte ich mir vielleicht ein Menü bei McDonalds leisten. Nicht nur für Siri, Alexa und Google wird Esras Stimme oft gehalten. Viele verwechseln sie auch mit der deutschen Stimme von Tokio aus der Serie Haus des Geldes. Ich heiße Tokio. Das heißt, als diese Geschichte anfing, hieß ich noch nicht so. Ich versuche es auch immer zu erklären, dann sage ich, ich bin nicht die Stimme von Tokio. Und viele schreiben dann, es klingt aber ähnlich. Über eine Vermutung musste Esra ganz besonders schmunzeln. Ich wurde mal gefragt, ob ich die Stimme vom Brotbackautomaten aus dem Discounter bin. Und das war so einer der kreativsten Fragen. Bitte warten Sie ein paar Sekunden. Ihre Bestellung wird frisch für Sie zu... Alter, gehst du gerade ohne Handschuhe hier rein? Benutz sofort die Zange! Esras Traum ist es, irgendwann einmal hauptberuflich als Sprecherin zu arbeiten. Und vielleicht wird sie ja dann wirklich die Stimme eines Sprachassistenten. Und was hatiting wird dann, wenn Sie ein Stimme von Litauen bewältigt, Und das war so der Zange von Litauen.